Ich bin der Flammer Schalier von der Firma Fokusstrategie GmbH. Grändl Str. 19, Grändl 19, 6004 Luzern und gewohnt einen Matheunterricht. Wir haben den Donnerstag, den 30. September 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 12. Die Aufgabe 12. Hier geht es darum, dass wir sechs verschiedene Buchstaben entfalten. Und herausfinden, welches Papier zu welchem Buchstaben passt. Ich möchte die Aufgabe ein bisschen anders angehen und sie dann in einzelne Abschnitte veröffentlichen. Wir beginnen zuerst mit dem Buchstaben F und überlegen uns nachher, wie dieser Buchstabe aufgefaltet aussieht. Und dann kann man anhand davon eigentlich die Lösung mehr oder weniger ableiten. Ja, man muss ja immer unterscheiden, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Es gibt gewisse Sachen, die sind weniger wichtig und es gibt gewisse Sachen, die sind relativ wichtig. Es ist schon wichtig, dass man die Aufgabe richtig löst, aber es ist auch wichtig, dass man weiss, wie das grundsätzlich geht. Und wenn man das Prinzip versteht, dann ist das eigentlich schon immer gut. Jetzt wird das dann sozusagen aufgefaltet. Wir können selber entscheiden, wo wir das auffalten wollen. Ich falte das jetzt mal so auf, wie es in der Aufgabe aufgefaltet worden ist. Wir beginnen mit der hinteren Seite an. Wir schauen das jetzt von oben an. Jetzt haben wir das hier aufgefaltet. Die Länge, das ist auch die Höhe von dem F. Dann haben wir hier die zweite Länge, die ist ein bisschen kürzer. Vielleicht so. Dann haben wir hier die dritte Länge. Das ist auch nicht die Höhe, ich hätte es auch hier vorne abmessen können. Dann haben wir noch einen ganz kurzen Streifen. Dann geht es hier ungefähr zur Hälfte zurück. Also die Hälfte versuchen wir hier zu übertragen. Dann haben wir hier die Hälfte wieder zurück. Dann geht es einmal um die Distanz hier rüber. Dann sieht das ungefähr so aus. Dann geht es um die gleiche Distanz wieder nach vorne. Und die gleiche Distanz wieder zurück. Jetzt muss ich schauen. 1, 2, 3, 4 Stück sind es. Und das ich sehe, dann geht es wieder zurück. Dann geht es zurück. Und dann geht es wieder ab. Wir müssen eigentlich, um hier genau zu schaffen, müssen wir sagen, die nächste Distanz, die muss sein. Also das hier. Die Gesamthöche. Minus hier an der einen. Streifen. Ich zeichne die beiden Streifen hier ein wenig. Oder drei Streifen hier ein wenig. Markanter. Das sind die drei hier. Und dann noch einer wird hier übersprungen. Die nächste Distanz, das ist dann das hier. Und so kommen wir dann wieder zurück. Und dann haben wir da noch am Schluss den Abschnitt hier. Und auch dieser Abschnitt, das muss ja dann Differenz sein. Von dem hier, das ist das hier oben dran. Ob jetzt das da hinten oder vorne ist, spielt ja keine Rolle. So sieht das also aus, wenn man den Buchstaben auffalten will. So sieht das also aus, wenn man den Buchstaben auffalten will. Dann kann man da natürlich noch hinten und vorne das Auffalten noch einzeichnen. Wir können jetzt ja sagen, dass da noch... Das ist jetzt die Aufgabe so nicht verlangt. Aber... Ich mache es jetzt gleich. Das ist dann das F ist dann da. Wie... Wenn man sagt, das ist dann in einem Stück da hinein. Das würde dann so aussehen. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist jetzt der Boden. Da wird es da so aufgedreht. Dann wird es da so zugeklappt an der Seite. Und dann geht man und fällt da vorne. Ich weiss nicht, ob man das heutzutage kennt. Zu meiner Zeit, ich bin... Ich bin... Ich bin... Also in der Kindheit haben wir das noch gehabt. Dass wir so... Aus Papier etwas gekauft... Man hat in der Schule aus Papier können... Man hat den Gegenstand aus Papier kaufen können. Und dann haben wir das so zusammenfalten. Und das ist... Und das ist... Mehr oder weniger das also... Gut... Der nächste Buchstabe... Das ist der Buchstabe N. Auch da schauen wir... Wir schauen da jetzt alle sechs Buchstaben natürlich an. Gut... Das ist der Buchstabe. Das ist der Buchstabe. Das ist der Buchstabe.